Moin und herzlich willkommen hier wieder beim Royal YouTuber Beef. Wir sind in der vierten und alles entscheidenden Runde. Es kann sich noch so einiges verändern und das Spiel diesmal ist Dixit. Es geht im Wesentlichen darum, Karten zu legen mit einem Titel, der trifft, aber nicht perfekt zu treffen ist, um es mal so zu sagen. Und mit mir sind hier natürlich noch unsere lieben drei Mitspieler. Hallo. Guten Tag. Und ich glaube, die meisten Zuschauer haben jetzt ein Trommelfell perforiert, aber sonst alles gut. Das Moin war in der Tat sehr laut. Ja, das war etwas leicht übersteuert. Wer fängt da eigentlich an? Das ist eine gute Frage wahrscheinlich, würde ich vorschlagen. Ich gebe uns einfach mal einen Würfel und wir würfeln das Ganze aus. Ja, wo mein Würfel? Was heißt Würfel auf Englisch? Dice. Ja, da ist es, genau. Einen, äh, ja, D6. Zack, okay. Ich habe eine Vier. Wer hat das jetzt gedrückt? Also, okay, jetzt macht der Herzog bitte. Genau. Drei. Ich wünsche mal nicht. Drei. Drei. Und noch eine Vier. Bitte, Würfel jetzt vier oder mehr. Ein gezickter Würfel. Ja, ganz so, danke. Es geht nur drei oder vier, okay. Verstehe. Gut. Ähm, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich jetzt anfange mit der ersten Karte. Und ich werde jetzt eine meiner Karten raussuchen und da einen entsprechenden Titel mir zu ausdenken. Dann, äh, das Problem natürlich in diesem Spiel, Kreativität ist gefordert und man muss immer wahrscheinlich möglichst stumm nachdenken. Und diese stummen Pausen müssen dann immer etwas gefüllt werden. Insofern rede ich einfach mal, während ich nachdenke. Teile uns deine Gedanken mit. Das kannst du. Sag uns was auf dem Bild. Sie schon beschreibst du. Genau. Wir helfen dir bei empfüllten Titeln oder so. Das machen wir gerne. Okay. Gut. Dann, ähm, würde ich einfach mal sagen, dass wir uns in das Land begeben. Ähm, ähm, ich lege das hier raus und sage grenzenlos. Grenzenlos. Das hier wird wohl kaum passen. Das auch nicht. Das auch nicht. Theoretisch grenzenlos. Vielleicht das. Vorher rumdrehen. Machen wir mal so. Gut, ich mische noch einmal durch und ist die erste Karte grenzenlos? Oder? Ist die zweite Karte grenzenlos? Ist die dritte Karte grenzenlos? Oder die vierte Karte? Boah. Okay. Ähm, jetzt ist die Frage. Ist das hier grenzenlos? Weiß ich nicht. Ist das hier grenzenlos? Grenzenlose Zeit könnte passen. Das ist ja unsere Karte. Das wissen wir. Aber das weiß ich gerade nicht. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung, denke ich diesmal. Ich glaube, es ist die eins. Erkeinst du wirklich 100% passt? Gut, dann schauen wir mal nach. Weil für mich ist das hier eine Grenze. Fantastisch. Also. Das ist eine gute Frage. Ich habe, meine Karte war die eins. Was bedeutet, dass, ähm, mein Männchen drei hüpft und Mr. West drei hüpft, weil er sich für meins entschieden hat. Wessen ist das Pony? Äh, meins. Dann bekommt der Herzog einen Punkt und wessen ist das Pony? Meins. Dann bekommt dafür der Heiko noch einen Punkt. Wieso ist mein Schlafener hier nicht grenzenlos? Finde ich ein bisschen unverschämt. Gut, dann sammelt der Heiko bitte sein Plättchen noch ein. Jo. Genau. Und er zieht eine Karte nach, bis er sechs Karten hat. Und dann ist der Herzog damit dran, einen Titel zu wählen für eine seiner Karten. Ja, es ist halt schwierig. Ja, ich kann auch währenddessen Witz oder sowas erzählen, wenn du noch einen Moment brauchst. Was hast du denn für einen Witz auf Lager? Unterschiedliche. Also je nachdem, wie viel Zeit gefüllt werden muss. Mach mal einen kleinen Hitz erstmal. Wir müssen mal gucken, ob du Humor hast. Ein Typ steht an der Kasse im Supermarkt und kauft einen Apfel, ein halbes Brot, ein halbes Stück Butter und drei Scheiben Käse ein. Sagt die Verkäuferin zu ihm, oh, wenn ich mir den Einkauf so angucke, wir sind Single, oder? Dann sagt der Typ so, ja stimmt, woran haben sie das jetzt erkannt? Bloß an den Sachen, die ich einkaufe oder was? Sagt die Verkäuferin, nein, weil sie hässlich sind. Eine Frage, wie kann man ein halbes Stück Butter kaufen? Versuchen wir es mal. Äh, wie wir es mit, äh, Detektiv. Detektiv, okay. Ja, das ist ja zu spezifisch. Schwierig. Wir werden es ja gleich sehen. Ich würde sagen, die Karte war eigentlich ganz gut für Detektiv zum Thema jetzt hier jemanden überführen vielleicht. Oh, Moment, Moment. Ich sag einfach, diese Karte, die ist ganz gut. Die kannst du nehmen. Jetzt musst du aber auch sagen, ob ich Humor habe oder nicht in deinen Augen, André. Ja, also, ich hab geschmunzelt. Ja, das reicht mir doch schon. Lol. Ich hab jetzt tatsächlich eine Karte eher gewastet wahrscheinlich, bei der ich wusste, ich brauch die eh nicht, weil das sehr eindeutig sein könnte. Und wenn es jetzt nicht das ist, was ich denke, dann ist es natürlich peinlich. Ja, ich nehme an, die Sache ist relativ klar. Ich hatte gehofft, die hat, äh, das war... Irgendwann hat noch eine bessere Karte. Ja, du hüpft. Jeder außer dem Herzog zwei Punkte weiter. Ja, danke, dass du für mich vorgegangen bist. Entschuldigung, ich wollte eigentlich meinen auswählen. Ich muss mir jetzt auch erstmal kurz die Hände waschen. Okay, gut. Das bitte nächstes Mal vorher waschen mit deinen Drecksgriffeln. Äh, Spray. Desinfektion. Ja, nee, es gibt kein Desinfektionsspray. Tut mir leid. Dann hat er ja eine Karte nachgezogen. Ich hoffe, von euch hat auch jeder eine Maske jetzt hier gerade auf vor dem PC. Also jetzt hier so eine gemütliche Runde, da muss man auch Corona-Vorschriften beachten, ne? Ja, 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 ja. Na, sehr gut. Man dürfte mich vermutlich auch etwas gedämpft hören. So, jetzt. Heiko? Der Host. Ich würde sagen, äh... Der Host in so einer Runde zu sein hat einen gewissen Vorteil. Hey, nicht aufs Spielfeld werfen, bitte. Ich nehme mal den Begriff Chaos. Oh, okay. Chaos. Das ist dann jetzt wiederum sehr weit gegriffen. Da hat wahrscheinlich jeder eine richtig passende Karte. Das ist... Boah, ey, nee. Wir sind zu... Zu weit gegriffen. Wohin ist dir die Kavallerie verschwunden. Hm. Okay, unter dem Meer oder sowas, Himmel, hätte ich was, Zeit. Aber Zeit ist halt so offensichtlich, ne? Und wie ich die hier beschreiben sollte, hätte ich keine Ahnung. Da nehme ich einfach die. Okay. Die wird einfach nur gewastet. Also das ist einfach Schrottkarte. So, dann haben wir... Eins, zwei... Hier sind gleich falsch rum. Falsch rum. Also, ja, für euch sind sie falsch rum. Ja, was ist falsch rum in dieser Welt? Vor allem, wenn schon das Thema Chaos ist, dann müssten wir die jetzt eigentlich komplett... durcheinander da hinstellen. Das ist wohl relativ eindeutig, dass es die Eins ist. Weil das Zwei ist kein Chaos. Drei ist kein Chaos. Das ist ein paar Spieler. Dann haben wir hier... Ja, dreimal die Eins. Ach komm, als ob die keine besseren Karten für Chaos gefunden haben. Ich hab echt daraus spekuliert, dass jemand eine richtig gute Karte entlegt. Ne, also jetzt für Chaos keine Chance. Ich hab die drei für Chaos gehabt. Ja, okay, wahrscheinlich. Ja, gut. Ja, dann ist der Mr. Weste dran mit einem Titel. Wir haben da sehr konservative Titel gehört. Vom Detektiv in grün und vom Chaoten in blau. Entschuldigung. Gucken, ob Mr. West etwas kreativer sein wird. Gleich trägt er uns ein gesamtes Gedicht vor. Ja. Aber die Sache ist die, wenn keiner von denen Wasser hat... Ich finde, Dixit ist kein richtiger Trash-Talk-Titel. Also man kann... Wasser. Oh. Wasser. Ja. Ich ärgere mich gerade, dass ich nicht so eine Karte hatte, wie eben bei der Proberunde. Also da hätte ich auf jeden Fall... Naja. Na, da haben wir doch schon mal was. Aber... Das kann halt viel sein, ne? Also das könnte, glaube ich, vielleicht doch schwierig für die werden. Weil Drei und Eins, ja, vielleicht, aber Zwei ist auf jeden Fall nicht. Aha. Irgendjahr. Die Frage ist, wie offensichtlich ist das? Hoffe ich jetzt mal, dass das jetzt wenigstens einer erraten hat. Gucken wir mal. Oh, sehr schön. Ja, Gott sei Dank. Die Vier war's. Eins, zwei, drei für mich und drei für den... Wer Heiko bekommt... Welche Werte? Die Eins? Ich habe die Zwei gelegt, also... Dann bekomme ich gar keine Punkte, weil du dich weder für die richtige entschieden hast. Ich dachte, die Vier war's. Achso, doch, entschuldige. Die Vier ist es. Dann bekommst du auch drei Punkte, ja. Okay. Und wer hat dir die Eins? Dann bekomme ich noch einen Extrapunkt für... Ach, du warst die Eins? Meins, was gewählt wurde und Mr. West, du bekommst drei, ne? Ja. Rückst du mich vor? Hast du dich schon bewegt? Nee, nee, habe ich noch nicht. Dann mache ich das jetzt noch. Oder habe ich mir noch nicht? Dann werde ich doch die Testrunde von eben zählen lassen, da hatte ich mal mehr Punkt. Nee, nee, alles gut. So, nachziehen. So, schauen wir mal. Das könnte ich vielleicht nehmen nachher als erleuchtete Nacht oder sowas. Oder Mann im Mond. Aber Mann im Mond, das wird halt schwierig. Dann wird's jetzt... Oder Mann am Mond? Vielleicht, ich nehme das hier mit erleuchteter Nacht. Das ist gar nicht verkehrt. Verstärkung der Titel. Oh, das ist richtig gut zum Thema Verstärkung. Ich versuche mal mit Absicht... Ich sage nichts dazu. Ja, ist gut. Willst du es nicht weiter ausführen? Dann zieh ruhig. Wir hören zu. Ja, ich versuche mal nicht ganz so offensichtlich zu machen, also... Ja, hab ich da auch. Ich fand Wasser schon sehr naheliegend, oder? Ja, aber ich ging davon aus, dass jemand anders auch noch irgendwas anderes mit Wasser hat. Hier lag's nicht ganz falsch. So wie ich bei Chaos. Also, ich muss behaupten, 2 ist... Okay, das ist auch eine interessante Auswahl. 3 könnte Verstärkung sein, aber andererseits, der ist am Weinen. Ein Schlüssel? Glaube ich nicht. R3. Ja. Gut, ich bin gespannt. Okay. Tatsächlich hat sich niemand für meins entschieden, was dazu führt, dass jeder von euch erstmal zwei Punkte bekommt. Okay. Jeder von euch bekommt drei Punkte. Zwei, drei. Und dann halt jeweils noch die gewoteten Punkte, oder? Ja, das ist da schon mit eingerechnet. Jeder von euch bekommt zwei Punkte und jeder von euch wurde einmal gewählt. Das ist aber schlecht echt mit Verstärkung. Also, das ist... Ah, der Vogel kommt angeflogen mit dem Schlüssel. Ah, naja. Naja, der sieht eher... Eher der Ringe-Verstärkung, dann hätte man an die Adler gedacht vielleicht, und dann... Ne, auch nicht. Ja. Das war einfach auch nicht gut. Das hat er zu kompliziert gemacht. Aber lustig, dass wir uns alle jeweils gegenseitig wurden. Unter freiem Himmel. Oh, ich muss noch eine Karte ziehen. Unter freiem Himmel? Da könnte ich den hier nehmen. Freiem Himmel. Oh, das hier passt auch. Oh, wow, wow. Wobei, das hier ist wolkig, ne? Ob das so freier Himmel ist? Na, wir machen mal einfach mal. Mal ist die vier vielleicht unter freiem Himmel, ist die drei unter freiem Himmel? Na, wohl kaum. Das passt nicht. Mal die zwei. Oh, ho, 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 ho. Also die vier oder die zwei, würde ich sagen. Die drei auf keinen Fall. Eine sehr starke Auswahl hier. Aber das ist das freier Himmel? Für mich ist das nicht freier Himmel, eher das hier, ne? Bei beinahe identische Motive. Also sehr viel Himmel überall schon zu sehen. Ja. Ah, danke. Es war die Nummer vier. Das habe ich hier genommen. Also habe ich fünf Punkte. Richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also war das echt richtig geil gewählt. Boah, finde ich gut. Also Leute, äh, eins. Ah. Elf Punkte nur noch. Das ist schon, äh. Erzähl du mal einen Witz, lieber André. Boah, einen Witz auf Lager jetzt direkt. Ich hätte mal einen vorher denn mal kurz. Boah. Das Problem ist, einen Witz zu erzählen, der in einer Aufnahme verbleiben kann. Ohne, dass ich in irgendeiner Form so dargestellt werde, dass das eventuell kontraproduktiv für mich sein könnte. Ist ein bisschen schwierig. Du meinst, du kannst keinen unanstößigen Witz erzählen? Der jugendfrei ist, weil du alles eigentlich so theoretisch, ohne wenn du es deklarierst und da 18 freigeben musst. Hm. Ich habe teilweise auch in manchen Hinsichten ausgeprägten schwarzeren Humor. Hast du es mal geschafft, dass ein Livestream von dir tatsächlich automatisch die FSK-18-Markierung bekommt? Der Standardstein ausgeprägten schwarzeren Humor. Das habe ich mir selber erst einmal geschafft und ich habe es wirklich ein paar Mal drauf ankommen lassen. Okay. Bei mir passieren ja solche Sachen meistens unabsichtlich in Form, wenn ich mich verspreche. Da kann ich ja halt, da kennt ja einer hier ein kleines Beispiel für, wo ich so einen Fall gemacht habe. Ne, Herzlich? Ja, also hier gibt es halt ein Häschen auf dem Feld, was ein bisschen weit gehoppelt ist, wie ich finde. Ja, das ist halt ein sehr schnelles Häschen. Ja, das sollte man auf die anderen warten. Ja, ich finde, das Häschen kann ruhig mal in den Bach ertrinken. Ne, das ist ein Häschen auf Speed. Das Häschen guckt ja gerade, guck mal, mein Häschen, das guckt in Richtung Ziel. Ja, ich warte ja auf euch, guck mal, ich gucke ja nach hinten, wo ihr bleibt. Ich würde sagen, du würfelst jetzt mal, ob du nicht vielleicht auf dem Stein ausrutscht und ins Wasser fällst. Ja. D20. So, bist umgefallen. So, jetzt mach. Herzog, du bist dran doch, oder? Ich habe das gerade unter freiem Himmel gelegt. Ach so, stimmt, dann ist Heiko. Ach so. Ach, sag doch, Heiko, wir überbrücken die ganze Zeit deine Nachdenkzeit. Ja, ich dachte gerade eben, weil irgendwer meinte, erzähl mal einen Witz, dass er jetzt die Nachdenkzeit braucht. Ja, du brauchst die. Ja, nee, ich hätte keine gebraucht, aber jetzt brauche ich welche. Ja, draußen, vorher war ich noch voll drin. Wann warst du jemals drin? Das ist jetzt blöd. Ach komm, nehmen wir Wissen. Aber das, ja. Wissen, da gibt's doch viel, als ob. Wissen. Wissen. Ja, da kann ich eigentlich nichts setzen. Da hab ich verkackt. Dann nehmen wir ja jedenfalls diese Lone. Eins fehlt noch, oder? Stopp, 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 stopp. Mal aufeinanderlegen und mischen. Oh ja, ups. Sonst ist es relativ eindeutig. R drücken. So, genau. So, wir haben Wissen. Gut, das könnte die zwei theoretisch sein oder die vier, aber ich schätze eigentlich die vier. Drei auf keinen Fall. So, mal schauen, was ihr gewählt habt. Verdammt, das war zu einfach. Yep. Als ob niemand das hier gewählt hat, das wäre echt gut gewesen. Das hätte viel besser gepasst als das hier. Die Sache ist die, Heiko, das Problem ist dabei, auch wenn wir jetzt eine Zeit lang nicht mehr so oft aufgenommen haben, ich kenn die schon ein bisschen. Ist das schlecht? Ja, also in dem Zusammenhang schon. Also für dich. Ja, ja. Gut. Also, jetzt ist Mr. West dran und Heiko, jetzt frag ich dich. Ich hab keine, ich bin eher so der Meister der Situations-Chrome. Ach so, der Sache ist die, er ist normalerweise der, er ist normalerweise der Junge, der über die Wiese läuft und dann ausrufst und dann voll sich auf die Schnauze legt und alle lachen. Richtig. Das kannst du jetzt auch auf alle Spiele übertragen. Aber er lacht auch mit, also so ist es ja nicht. Da hat er selber Spaß dran. Funktioniert bis jetzt immer ganz gut. Ich würde sagen, erleuchtete Nacht. Ich hoffe, dafür hat jemand was. Sonst ist das schwierig. Vielleicht. Vielleicht. Hashtag Meister der Situations-Chrome. Wollt mich ja nicht im Dunkeln lassen. Oh Gott, ist das schlecht. Okay, das ist zu leicht. Das ist, das kriegen die raus. Also zwei ist es auf keinen Fall, vier für die auch nicht. Es könnte höchstens eins, aber so. Oh, 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 oh. Wirklich? Nice. Wieso, Heiko? Was? Was, war, 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 war deins die drei, Mr. West? Ja, meins ist die drei. Ach, verdammt. Warum entscheidest du dich denn? Warte, was war noch bei der, äh, Stoik? Erleuchtete Nacht. Ja. Ich dachte, warum ist das ja eine erleuchtete Nacht? Hey, das ist doch ein LOL. Okay, ich hätte mir vielleicht die Karte genauer angucken sollen. Aber LOL. Ich dachte irgendwie, das wäre ein Mond oder so auf den ersten Blick. Warte, 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 warte. Ja, es gibt, es gibt eine Karte, die hat einen fetten Mond drauf, ja. Ich dachte auch, das wäre zu offen. Okay, drei Punkte, ne, für mich. Ah, das ist scheiße. Ja. Meine Güte, Heiko. Ja, es tut mir leid. Und, weißt du, es ist ja schön, dass du dich damit abgefunden hast, letzter zu sein, aber, äh, Herzogunik, wir haben noch nicht zämtliche Würde abgelegt. Ich finde das gerade so genial. Ich habe schon gedacht, so, okay, das wird schon nichts und dann das. Ach, das ist auch so in dem Moment, wo wir gemeint haben, äh, der Junge läuft über die Wiese und legt sich voll auf die Schnauze. Okay. Herrlich. Dann werden wir als nächstes Eine Karte ausspielen, glaube an das Herz der Karten. Okay, ähm, ich opfere zwei Karten und spiele den blauäugigen weißen Drachen. Ähm. Den Küche. Das wäre sogar wirklich Drache, wenn nicht verkehrt, ne? Wir gehen mit... Wir gehen mit... Du, 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 Duet. Du, Duet, ja, Duet gefällt mir gut. Duet. Duet. Oh, das könnte funktionieren. Na, guck mal, da hat doch jeder das Passendes liegen. Einer für die Eins, einer für die Zwei, einer für die Drei und einer für die Vier. Und jetzt Flip. Na, wunderbar, das ist doch mal was, wo wir eine Auswahl haben. Äh. Boah. Heiko, äh, schau dir vielleicht nochmal alle Karten genauer an. Ja, ja, ich hab mich damit abgefunden. Ja. Das passt nicht wirklich zu Duet, aber es könnte trotzdem zu Battlemeister passen. Ich hoffe, der hat das jetzt nicht dasselbe gemacht wie eben. Darum ist das total dämlich. Die hier wird eher gezeichnet, würde ich den eher nicht dazu erzählen. Also entweder die Vier oder die Zwei. Aber andererseits spielt er da nicht, also würde ich eher ein Zwei sagen. Andererseits. Das ist hier nicht mehr ein wirkliches Duett, dann ist das eher das oder das. Boah. Ähm... Mr. West fehlt noch. Er ist noch am Nachdenken. Das ist schwierig. Er weiß natürlich, dass ich dafür bekannt bin, nichts zu Offensichtliches zu machen. Ja, in dem Sinne wählt er dann eher die Vier. So. Also. Schauen wir uns mal die Auswertung an. Mir gehört die Vier. Was das geführt, dass Mr. West vier Punkte nach... Äh, stopp, erst mal drei Punkte nach vorne hoppelt, bitte. Ja, aber das ist meine. Okay, vier Punkte nach vorne hoppelt. Zwei, drei, vier. Drei nach vorne. Wem gehört denn die Zwei? Ja. Dann bekommst du einen Punkt. Also, wenn das klappt, nächste Runde schon ein Ziel. Ja, dann ist das so. Ich muss doch wenigstens auch den roten Hasen überholen. Warum auch immer liegt mir anscheinend dieses Spiel. Ja, offensichtlich bist du ein Meister der Worte. Ich hätte Dichter werden können. Sein oder nicht sein, das ist jetzt hier die Frage. Oder Sieger oder Nichtsieger. Du kannst immer noch dicht werden. Ja. Uff. Aber. Es ist immer noch am Tag Abend. Ja. Aber. Ich könnte zwar dicht werden, aber nicht so, äh, nicht so dicht wie Goethe. Denn er war Dichter. Ich sollte einen Witz bringen, der halt einigermaßen, äh, ne? Ja. Und? Kommt der jetzt noch, oder? Paschst du mich? Goethe war Dichter. Denk nach. Mr. West, ich habe das, äh, ich habe die mentale Kapazität, das auch schon vorhin verstanden zu haben. Da bin ich mir jetzt bei dir nicht mehr so sicher. Daher sind wir dran, wenn ich dran bin und ich merkst ihn. Äh, wie ist mit, äh, Merksatz? Ja. Merksatz? Ich werde mal was Interessantes versuchen. Mhm. Eine Wendeltreppe? Merksatz. Wierig. Äh, könnte man eher hier. Nee, das auch. Daherseits, ja, Kirche irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das ist jetzt mal ganz, ganz abstrakt. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Was könnte dazu passen? Ja, wahrscheinlich die drei. Zum Thema mein Vater erklärt mir, äh, jeden, bla bla bla. Mein Vater erklärt, mein Vater erklärt, wir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Dann schreiben wir uns mal an. Ich hab so ne Befürchtung. Oh, ich hatte die Nummer vier. Ja, ich hab die drei gehabt. Oh, Heiko. Oh, drei hat sie drei? Ja. Oh, das war perfekt. Warum ist das hier Merksatz? Na, weißt du, das mit den Planeten und das ist so mein Vater. Ach, da sind Planeten drauf. Daran hab ich tatsächlich gedacht. Ich dachte, also, was will er denn mit dem so? Ah, Merksatz. Ja, ja. Ja, das war ein bisschen meins, war ich, wusste ich, das kann schon mal und der Rest hat keinen Sinn mehr gemacht. Ja, okay, das jetzt, die Planeten hab ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich hab die Planeten wahrgenommen, darum ist so hier ein Opa, der irgendwie Tompete mit dem Augen spielt. Fünf, vier, ich hab schon fünf. Also, ich könnte jetzt nochmal fünf machen, das würde nicht mal auffallen, aber. Oh, das ist ja nochmal gut gegangen. Aber ganz knapp nur. Gut, jetzt bist du dran, Heiko. Also, jetzt biete ich dem Herzog die Gelegenheit, einen kandiosen Witz zu erzählen, der uns alle aus den Sitzen haut. Ich hab schon was, Herausforderung. Ah, Glück gehabt. Danke. Ja, dafür hoffe ich dann, aber auch irgendwann mal Dankbarkeit. Herausforderung. Okay. Warte, was hast du jetzt als Satz gesagt? Herausforderung. Also, ich könnte mit Heiko jetzt die oder die nehmen, ne? Eins fehlt noch. Ja, der Mr. West ist poet. Er belegt sich jetzt natürlich, wie er seine, seine, seine Häschen jetzt zählen kann. Er legt irgendwie so eine Blume hin als Zeichen für die Herausforderung des Klimawandels, oder keine Ahnung. Hm. Okay, Herzog, jetzt wollen wir gerade Zeit haben. Musik könnte ich nehmen, ne? Äh, ne, ja, musikatisch. Andererseits. Könnte ich bei beiden Musik nehmen, ne, nächstes Mal. Da du aus Bremen kommst, bist du sicherlich ein Fips Asmussen-Fan. Äh, er hat die Karte gespielt. Sehr gut. Ja, ich seh schon. Ja, war jetzt gerade nicht so einfach von mir, aber ich glaube, die Karte ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Müssen wir noch drehen. Was, genau. Wir können jeder eine drehen nehmen hier. So. Wo finden wir denn die Herausforderung? Bei eins, zwei, drei oder vier? Okay, drei finde ich jetzt nicht eine Herausforderung. Zwei könnte sein. Eins, ja, eigentlich würde ich erst sagen zwei. Heiko ist da eigentlich, ja. Ich würde jetzt nachdenken, also was es ist, oder das, das. Das und hoffen das Beste. Ich hoffe auch das Beste. Wir sehen, was ihr gewählt habt. Wir haben die zwei, die vier und die zwei. Es war tatsächlich die zwei. Ja. So, hervorragend. Moment, ich darf dadurch drei, oder? Dann nicht alle. Oh, dann hoppelt doch Mr. West schon ins Ziel, ne? Jo, ich bin drin. Ich würde sagen, dann bin ich jetzt raus und der als zweites reinkommt. Oder wollen wir jetzt einfach nach der Punktewertung gehen? Ich würde nach der Punktewertung gehen. Oder sind die hier auch gleich? Das dauert doch nicht so lange, oder? Wir können jetzt auch einfach weiterspielen. Ja, wobei, nein, das ergibt keinen Sinn, weil das Spiel wird zunehmend einfacher, je weniger Spieler sind. Stimmt, alles klar. Okay, bleibt das so? Also, ich bekomme eins, zwei, drei Punkte, weil ich mich für's... Äh, die zwei war's, oder? Ja, ja, die zwei war's. Okay. Aber die Karte war wieder, finde ich, gar nicht mal so verkehrt zum Thema Herausforderung. Und Herzog, du hattest die vier gelegt, ne? Genau. Ja, dann, ähm, bekommt Herzog also keine Punkte. Das ist meine. Ja. Genau. Ähm, dann ist das hier der Endstand. Ich hatte überlegt, die zwei zu nehmen. Ja, ich, ich, ich war's... Dass das, dass das hier niemand gewählt hat, enttäuscht mich auch, ne? Nee, das ist... Weil sie so ein Stier einen Kindschul zieht. Die Sache ist einfach die zum Thema Heiko denkt so nicht. Ah, verstehe. Heiko denkt so nicht. Heiko denkt eher so. Der hätte natürlich auch das hier, das hätte jetzt auch irgendwie gepasst zur Herausforderung, aber da hätte er wahrscheinlich auch einen anderen Titel genommen. Und das hier ist eigentlich auch nicht richtig. Also... Ja, aber was da gewollt wäre, war mir auch irgendwie so schleier. Ja, keine Ahnung. Also das ist die Herausforderung. Also das war... Das Problem ist wirklich... Das sind ja schon ein paar Jahre, wie ich den halt schon irgendwo mal was mit dem zwischendrin gemacht habe. Und darum, das passt einfach nicht. Darum war ich mal überlegen zwischen D hier oder ich hätte auch genauso die hier nehmen können zum Thema Herausforderung. Das hätte beides zu dem gepasst. Das ist halt leider etwas doof, wenn man halt zwei Mitspieler sich irgendwie kennen, wobei ich halt jetzt nicht weiß, wie gut mich da Heiko persönlich einschätzen kann. Also ich bin darin sehr schlecht, habe ich mir von vielen Leuten sagen lassen. Okay. Ja gut, dann... Warte mal kurz. Ich bin jetzt gerade noch hier dabei, einmal den Endpunktbestand aufzuschreiben. Dann mach das mal. Müsstet vorne jetzt, glaube ich, Punkt gleich sein. Ich glaube, ich bin letzter. A right click on this note card. Das könnte man vermuten. Description field controls the text. Dann sage ich hier einmal Punkte. Zack. Dann kommt hier Heiko mit drei. Dann kommt... ... ... ... ... Dann kommt der Herzog mit A. Und dann kommt der WM mit A. Zack. Das ist der Endpunktbestand. Ja, jetzt wieder unentschieden zwischen mir und Battlemeister. Mhm. Also ich finde es schon mal gut, wieder ins Finale eingezogen zu sein. Ich muss ja meine Konstante wahren. Ja, das stimmt. Jetzt ist bloß die große Frage. Nehmen wir das einfach so hin und teilen uns gemütlich den ersten Platz. Dafür, dass sie irgendwas Witziges machen. Ja, im Prinzip ja. Also witzig bin ich dabei. Wenn es nicht der Witz ist, den wir letztes Mal hatten. Das war nicht witzig. Was war ein letztes Mal? Kniff. Da müsste es schon irgendwie so Schlag-den-Rab-letches-Spiel-Spiel sein. Also nichts, was irgendwie wirklich so pures Wissen oder Fähigkeiten erfordert. Sondern so ein bisschen Randomness. Aber dann doch vielleicht Nerven aus Stahl. Das wäre cool. Okay. Ja, hast du eine Idee? Ne, ich habe keinen Plan. Ja, wie gesagt... Wie gut bist du nun Geografie, André? Ne, ich habe eine andere Idee. Also, Leute, für euch als Information, das muss ich jetzt mit dem Battlemeister nochmal besprechen. Also, wenn jetzt kein Video mehr... Ich vermute mal, wir machen jetzt pro Woche ein Video dann immer. Oder wollen wir die hintereinander rausklatschen? Was sagt ihr? Bin für pro Woche. Pro Woche? Alles klar, wenn pro Woche ein Ding rauskommen. Wenn nächste Woche kein Video kommt, dann ist vorbei. Ihr müsst dann halt bei mir und Battlemeister jeweils auf den Kanal gucken. Weil ich vermute mal, dass Herzog und der Heiko das nicht wirklich dann aufnehmen werden. Wenn dann kein Video kommt, dann bleibt der Punktestand. Und wenn ein Video kommt, dann werdet ihr was sehen. Ich habe eine kleine Idee. Da will ich jetzt aber nicht viel zu wegnehmen. Schere, Stein, Papier. Ja, nein. Mensch, ärgere dich nicht. Nein, das wäre eher zu viert besser, nicht zu zweit. Aber es lässt mich sprechen jetzt gleich. Die 101-Mechsle, wer das erste Umfeld hat, verloren. Was? One of one? Mechsle? Was für Mechsle? Das ist ein Trinkspiel, das ist immer ein Spiel, wenn wir jemanden in zehn Minuten unter dem Tisch haben. Die Sache ist, ich bin eine Person, die fast kein Alkohol verträgt. Also ist das jetzt eigentlich ziemlich leicht für... Also wenn der Heiko nur... Ach Quatsch. Wenn Battlemeister nur ein bisschen Trinkerfahrung hat, habe ich verloren. So zehn Jahre Fußball auf dem Dorf. Reicht das? Dann wäre ich strunzenvoll, das würde nicht funktionieren. Also ich habe eine kleine Idee, aber das wären wir dann halt... Ob es funktioniert oder nicht, müssen wir dann halt mal gucken. Gut, Leute, dann hoffe ich, dass das euch gefallen und eventuell bis nächstes Mal sonst zum nächsten Beef. Wir sehen uns. Ciao. Servus. Ciao, ciao. Ciao, Leute.